Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Company Fever's... ...Den Assault. Ja, ich werde heute die Kampagne durchspielen. Weil die auch zu schwer ist. Ja, ich hab jetzt grad total das große Maul, aber... Alles kommt mir so einfach vor, gerade einfach nur. Toll. Zum Angriff. Oh, Tötung feindlicher Fahrzeuge. Äh... Genau, der falsche. Sorry. Sollte mir vielleicht doch öfter mal die Sachen durchlesen, aber gut. Nehmen Sie den Panzer. Vor allem die hocken im Kessel. Bei der aktuellen strategischen Situation würde ich das nicht mit einer Division nur angreifen. Ich würde die, glaub ich, erstmal ausruhen lassen und dann fragen, wollt ihr kapitulieren? Aber ich glaub, so deutsche Soldaten würden eher vorrücken, beziehungsweise woanders angreifen und, ähm... ...verhungern als... ...ohne jeglichen Angriff... ...zu kapitulieren. Also nicht ganz verhungern. Aber... ...aber... ...erst vor... ...anfangen zu vorrücken. Männer, wir haben Befehl, die Krauts mit unseren Fahrzeugen in die Knie zu zwingen. Los, machen wir sie fertig. Alles klar. In dieser Gegend befinden sich angeblich einige verlassene Panzer, die ordentlich zuschlagen können. Schnappen Sie sie den Deutschen vor der Nase weg. Freigeschaltet. Na toll. Nutzeltorung durch Fahrzeuge senkt die feindlichen Punkte. Freude! Wir haben hier ein zurückgelassenes Fahrzeug. Machen wir es mit etwas Treibstoff wieder flott. Hab keinen Treibstoff. Kann das sein, dass... ...dass man nur durch... ...was, wo ist denn dieses angebliche zurückgelassene Fahrzeug? Hallo? Fahrzeug? Dass man auf den höheren Schwierigkeitsgrößen weniger Treibstoff bekommt, das kam mir immer so vor. Was ist denn? Hä? Wo ist das denn? Wahrscheinlich hier irgendwo. Hier? Hier? Hallo? Ah! Hallöchen! 50 Treibstoff habe ich nicht. Wartet mal da. Lalalalalala. Den Laps sieht interessant aus. Ist wahrscheinlich auch irgendeine Multiplayer-Karte, aber die habe ich noch nie gespielt. Wirkt sehr nach einer 2-2-Karte. Oder 1-1. Ja, das wirkt mehr nach einer 1-1. Oder ist halt wieder nur ein Ausschnitt. Ich überlege. Wir haben Befehle abreich gesichert. Jetzt schwärmt aus. Also gut... Okay. Schwärmchen. Waa! Ernsthaften Scharmen? Ich will diese Position gesichert. Wir wollen Scharmen haben? Wir stoßen in feindliches Territorium. Die Deutschen bergen einen verlassenen Panzer. Nehmen Sie einen Trupp und halten Sie sie auf. Ich bin mal gern. Ich war einfach gerade bis ich 50 Treibstoff habe. Lalalala. Oh, ein Puma. Den will ich haben. Bereich gesichert. Abrücken. Los geht's. Ähm. Herr gehört. Wir haben Eroberungsbefehle erhalten. Entsichern und laden. Auf uns wartet eine Schießerei. So. Bedanken. Macht euch bereit. Ein Gewehrtrupp wartet auf seine Befehle. Ich kenne die Mission von daher. Also so eine Missionsart besser gesagt. So. Kappalieren. Das war zu einfach. Erinnern ihr euch an Italien? Ach, ihr war... Also gut, ihr... Natürlich, Italien. Äh, Gardasee. War wunderschön. Oder Rom. Oder Neapel. Oder was weiß ich was. Aua. Ähm, ja. Das finde ich aktuell gar nicht toll. Das finde ich auch gerade nicht toll. Aber... Da raus. Wat? Ja, unschön. Äh, wap, dott, dott. Angegnengranaten sind unter den Linien unterwegs. Anhalten. Bewegung, geh zu dieser Position. Dott, dott, dott. Ich fahrs ja nur auch gerade auf die... Na toll. Ich krieg so unglaublich wenig Schaden dadurch. Saubere Arbeit, Jungs. Immer weiter so mit unseren Panzern. Ah, ja. Oh. Sollte ich mich eigentlich vor... In... Verpackt. Panzer... Gefahrs ja nur noch zurückziehen. Mit meiner... Gut. Gut. Jodi, 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 jodi. Versammelt euch. Ich rieche Befehle. Oh ja, Mann. Schnappt euch, was ihr tragen könnt. Wehrtruck ist bereit für den... Brauch mal Treibstoff. Hast du Treibstoff? Was du getankt? Was du getankt? Hä? Hä? Hast du Treibstoff für mich? Hast du Treibstoff für mich? Ja, ich frage das jetzt die ganze Zeit. Hast du Treibstoff für mich? Hast du Treibstoff für mich? Hast du Treibstoff für mich? Wir haben was zu tun. Wir haben was zu tun. Ich arbeite bei einer Zeit. Hör zu, Kameraden. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Böh. Den fühlst du teuer hier. Wucher! Todsünde, Todsünde! Na toll. Den können sie haben. Oder? Der ist nicht. Ah, ich weiß gar nicht. Ich hole mir auch gleich mal ein paar falschen Geschwungen. Fächte Förderung! Alles herhören! So sieht die Sache aus! Hm. Erwarten Befehle! Fahrer! Bringen wir die Sache im Troll! Ja, ich weiß, dass die mehr Deckung haben als ich. Die Krauts haben uns festgenhalten! Trotzdem können sie ja nicht Ewigkeiten da haupten. Bum, 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 bum. Teure Truppen! Na, die haben uns den kaputt gemacht. Hm. Die auch irgendwo, oder? Plopp Ähm, oh Gott, sie haben ewig weiter Bereich Hallo Hallöchen Hallöchen Achso, ja, das Auto So, ähm Oh Ne Ähm Was bist du denn für ein Penner? Wer der hier, der fährt in meine Basis Das Loch fährt in meine Basis Den Panzer will ich aber nicht haben Ich wollte mein deutsches Ding behalten Oh, seid doch Arschlöcher Keiner Ja, 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 was ist denn das? Oh, Antifa Jetzt brauche ich Manpower Das ist doch nicht dein Geheimnis Manpower Ah, da ist der Puma Nein, tun sie nicht Hallo Abknallen Ist das so schwer? Danke Herrgott Ja, doch, das ist Versprochener Mörserauto Bewegt euch Befehle Befehle Bewegt eure Ersche Los Da 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 hin Junge, 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 Junge Es geht hier doch alles gar nicht so klar Wunderschön, da betanken Nehmen wir unser eigenes Fahrzeug wieder Langweilig Auf Ich hätte auf jeden Fall gerne noch so ein Und Ich habe Befehle Bewegt euch Es geht los Äquo Moline Oh, du Na toll Ich brauche wirklich einen zweiten neuen Monitor Die Königchen Äh, ja, ihr hört mich gerade aus der Entfernung Verdammt Die haben einen weiteren Panzer auf ihrer Seite Ja, das sind aber Lappenpanzer Ich weiß, ich habe nichts Jetzt komme ich wieder Hallo 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 Jetzt bin ich wieder Ähm Ich weiß, ich habe selber keine besseren Äh, und mein zweiter Monitor geht nicht an Tiga Aß Tiga Aß Manometer, ey, das wäre mitten in der Aufnahme Tiger Ass, nicht schön. Also, wenn man ihn selbst besitzt, wunderbare Einheit. Aber ich habe keinen Bock dagegen zu kämpfen. Weil Tiger Ass? So. So. Mein Papi arbeitet auch irgendwo. Ich habe auch vergessen, wo? Ernsthaft? An das Ding habe ich ja dann sehr wenig Interesse. Ähm, cool. Na, ihr seid die 1, ihr seid die 2. Wir verlieren einen Eroberungspunkt. Verzeihung ist, dass da der Tiger kommt. Ah, Tiger, 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 Tiger. Da werde ich jetzt im Kampf gegen das Ding viele Punkte verlieren. Äh, lau. Zurückwein, zurückwein, zurück, zurück, zurück. Ihr wisst, was hat geschlagen. Ringen wir die Sache. Entschuldigung, die vorderen Verwandten. Wir haben Befehle. Ich habe... Ihr solltet da lang... Ach, wisst du was? Zurückwein, vielleicht noch mal! Das ist ein dummes Stück. Das ist einfach nur ein dummes Stück. Wir sind wieder bei voller Stärke. Ich habe Befehle erhalten. Basuka-Mannschaft. Die Browning geht nach hinten. Reparaturtrupp zu mir. Lade deine Rakete. Alle anderen ausrücken. Hm, 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 hm. Der Basuka-Trupp geht beim Vorrufen. Ich glaube, das Match wird ein bisschen dauern. Weil ich halt einfach den falschen Kommandanten dabei habe. Witz mit Arschen. Ich bin dumm. Das ist ein extrem starker Ponta. Das weiß ich selber. Aber, äh... Alter, diese Scheiße hier! Ich weiß schon, warum das aus dem Multiplayer rausgenommen wurde. Oh ja, ja, ist klar. Das würde im Multiplayer nie passieren. Also, jedenfalls nicht, wenn ich deutscher Spiele war. Weil, dann ist es denn... Die denken sich dann einfach... Nö. Wegmachen. Ja, ich brauche gerade mal... Wir müssen das Ding irgendwie... Aber, komm schon! Komm schon! Ach, ich habe gar keine Bock gebaut. Oh nein, oh nein, ich will keinen ganzen Trupp verlieren. Das ist ganz böse. Au! Au! Ich habe eindeutig, dass... Ich mache das eindeutig mit dem falschen Trupp. Ich hätte nicht erwartet, dass er hier mit dem Tiger aus vorfährt. Das ist es. Da war ich jetzt etwas sehr überrascht. Ja, du machst mir gerade alles kaputt. Ich merks. Oh, Hauptkanone, Hauptkanone zerstört. Und Hauptkanoneangriff? Oh, nicht dein Ernst. So, zerstören. Schnell. Kennt ihr das, wenn Menschen einfach nicht, äh, aufgehen wollen? Hallo. No! Der Tiger ist tot! Der Tiger ist tot, meine Freunde. Der Tiger ist tot. Das darf ich stark bezweifeln. Also, so langsam geht mir das hier alles auf den Sack. Klein No Name ist nicht mehr erfreut. Schön dafür, dass sie euch gefunden haben. Wo ist... Hä? Da! Guck mal! Hier wird nichts überrannt, du Frosten-Günter-Jürgen-Hermann. Hi. Versammelt euch. Nein. Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal gerade mehr Treibstoff, mehr Muni als alles andere. Oh, ey. Power. Wir haben einige Verluste, aber so leicht lassen wir die Crowds nicht davon kommen. Verflucht. Wir bekommen neue Befehle. In Ordnung. Wir müssen das Stück direkt da erobern. Komm mal mit. Bewegung. Bring den Panzer zu dieser Position. Scheinbrächer ist Wasserweg. Ich fahre hier bald nur noch mit mechanisierter durch die Gegend. Hallo, wegmachen. Das Blöde ist, du musst ja jetzt kämpfen erst mal, ne? Lalalala. So, reparieren. So, reparieren. Noch ein. Aussteigen. Reparieren. Noch ein. Aussteigen. Direkter Treffer. Direkter Treffer. Daserei erledigt. Direkter Treffer. Du vielleicht. Du wurdest nicht getroffen. Wann ja Muni. Ja, ich haucke mich hier relativ offensiv wieder hin. Jetzt können wir auch kein Tiger mehr, hoffentlich. Das habe ich gerade so viele. Danke. Wo sind andere? So? Verteidigungsmanöver. Deck die Flasche. Ach so, du bist der Neue. Wir wurden befördert. Komm! Autsch. Ein leichtes Fahrzeug wurde gerade zerstört. So war das nicht geplant. Der Feind versucht einen verlassenen Panzer zu bergen. Zu einfach. Also die Panzer-Auswahl hier ist, äh, deutlich beschissen. Alter. Ihr seid falsch im Jäger. Ich weiß, ihr seid keine deutschen Fallschirmjäger. Aber das kriegt ihr doch wohl noch hin. Nein. Das kriegt ihr auch hin. Danke. Oh, der hat sogar schon den Scheiß da. Ja. Ja, das ist doch mal ein gescheiter Panzer. Ja, das ist doch mal ein gescheiter Panzer. Weh. Jetzt kommen die irgendwelche Schuhe. So. Ja, ja, zurück zum Gefechtsstern, zurück zum Gefechtsstern. Und los. Ausrücken. Alles klar. Bring uns da hin. Bring uns da mal mit. Ja. Los. Daumen. Ich muss halt jetzt ein paar Punkte gut machen. Ähm. 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 Das dauert noch, aber inzwischen dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr dauern, weil wir haben eine schöne Fahrzeug. Wir machen uns auf den Weg. Bewegt euch. Und du ziehst dich mal zurück. Warum? Ähm. Weil da eine Waffe entsteht. Steht mit Pech. Befehle. Herr Hölle. Sichern Sie diesen Bereich, Kopra. Ganz genau. Mach mal. Ein Eroberungspunkt wird überrannt. Oh, Junge. Halte die Geschwindigkeit. Bring uns schnell da rüber. Da. Los. Tanken. Gern. Dup, du, 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 du. Wir brauchen erstmal der Gerät. Jawölychen. Los reparieren. Ähm. Au. so nein ich nutze das kann überhaupt nicht aus jetzt scheiße geschossen hast du genau genommen ja hast du genommen hatte ich behalten das toll ja ist klar die dinger sind sie überhaupt nicht stark nein nein falsch das ist mein Job nein 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 ist mir wurscht ja also ist ja ich habe zwar ressourcen wie nichts es hilft mir trotzdem gar nicht so in front wir sind jetzt bei einer halben stunde inzwischen und das ist gleichstand diese mörserkacke war das jetzt eigentlich nicht gemeint aber gut du schaffst das nein was ist denn das warum das schaffst du auch wenn du dreckspanzer bist hier merkt man wieder weil wir extrem die deutsche überlegenheit der panzer ich fühle mich gerade wie ein fisch auf dem wasser weil ich einfach auch nicht die geschehen nicht die richtige kompanie dabei habe ich kutze ja geil geil nicht überlebt er das doch gerade nicht dran aber gut er hat es nicht überlebt warum auch ich muss das jetzt also ich dachte eigentlich dass ich das jetzt in einer folge durch krieg es ist es ist es ist es ist gerade nur ein kampf und vor allem gegen diesen tiger jedes mal ich habe halt die vollkommen falsche kompanie dafür und das bringt mir nix wenn er jetzt gleich noch den jagdpanzer kotzig im strahl ich mache ja schluss also wenn das jetzt auf einmal sich innerhalb von zehn minuten danach aufgelöst hat dann hänge ich das dran aber sonst sage ich erstmal vielen dank fürs zuschauen glaubt euch froh bleibt mir treu wir sehen ciao